Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte Mit einer großen Fotoausstellung präsentiert die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Bocholt e.V. zur Zeit Bilder der chinesischen Metropole Wuxi. Noch bis zum 19. Dezember haben die Besucher im Foyer der Stadtverwaltung Bocholt die Gelegenheit beeindruckende Fotografien der Stadt am Taihu-See anzuschauen. Mit über 4,5 Millionen Einwohnern blickt Wuxi auf eine 3000-jährige Geschichte zurück und zählt zu den 10 wirtschaftsstärksten Städten Chinas. Seine gute Lage an der Südküste und die Nähe zur Metropole Shanghai machten Wuxi seit der Öffnung zum Westen in den 80er Jahren zu einer der führenden Wirtschaftsstandorte in China. Den Fotografen der Ausstellung ist es gelungen, den spürbaren Wandel und die Liebe zur Heimat auszudrücken. Die Bilder zeigen die Weite und Stille der landschaftlichen Schönheit, andererseits spiegeln sie die Stadt- und Straßenszenen des täglichen Lebens wieder. Die Ausstellung wird im Rahmen der interkulturellen Tage des Ausländerbeirats der Stadt Bocholt und in Zusammenarbeit mit dem Europa-Direkt-Informationszentrum Bocholt gezeigt. Das war jetzt der Unterricht. Untertitelung des ZDF, 2020